Moin Leute, lange wurde es von euch gefordert. Am heutigen Tag ist es endlich soweit, denn ich werde zum ersten Mal Roblox spielen. Ich bin hier immer noch Teil der Play-On-Kampagne von Google Play. Das bedeutet, ganz wichtig Leute, wenn ihr selber Bock habt auf das Spiel, geht ganz oben in die Videobeschreibung. Dort ist alles Wichtige verlinkt, unter anderem auch Roblox. Und ich bin sehr gespannt. Ich hab mir gerade einen Account gemacht. Ich bin die Roblox-Palette. Weil überraschenderweise war der Name Paluten schon vergeben. Oh, ich hab hier direkt... Was ist das denn? Gewichthebensimulator 3. Hier werden wohl scheinbar mir jetzt irgendwelche Sachen empfohlen. Guckt euch diesen Roblox an. Willkommen zum größten Trainingssimulator aller Zeiten. Hebe Gewichte und benutze Bankdrücken Kreuzheben. Ja, ja, okay, mach ich. Alter. Was ist das denn? Wie sehe ich denn aus? Alter, warum ist dieser eine Typ da hinten so riesig? Und wie bewege ich mich? A Brawl is starten. Nee, 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 nee. Ey, ey, was haust du... Was hab ich dir denn getan? Warum schreist du denn jetzt? Oh Gott, ich lauf vor dem Weg. Ich muss jetzt hier erstmal klarkommen mit meinem Leben. Jetzt kann ich doch hier draufdrücken. Oh ja, ich muss hier Gewicht heben. Alter, plus drei Stärke. Da wächst der Bizeps. Da wächst der Bizeps. Ah, ich muss einfach nur ein bisschen stärker werden. Aber ich bin ja immer noch eine alte Pommesgabel. Ich will so aussehen wie der Typ da hinten. Das ist hier Kevin Wolder. Der spielt da scheinbar auch ein bisschen. Zusammen mit Tim Gabel und Inscope. Schneller. Oh, da vorne. Da geht's richtig los. Säftige Prügelei. Oh, was ist denn jetzt los? Ich bin freaking Super Saiyajin. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hab eine richtig krasse Aura jetzt hier gerade. Irgendwas startet in 85 Sekunden. Irgendein Brawl. Alter. Sind wir hier bei Brawl Stars? Das Spiel ist doch auch mega im Hype, oder nicht? Brawl Stars? Oh nee, wer kommt denn da jetzt? Junge, ich bin doch am Trainieren. Nein. Nein, jetzt lass mich doch. Hau mich doch nicht. Ich hab dir doch nichts. Au. Was ist denn? Was hab ich euch denn getan? Aber ist alles gut. Ich kann direkt weitermachen. Oh Gott, wer ist denn jetzt hier direkt auf mir gespawnt? Was ist denn? Was hast du denn? Oh Mann. Leute. Alles gut. Ach, dafür brauch ich tausend Stärke. Aber ich bin jetzt hier in Sicherheit. Okay, Leute. Brawl. Ja, ja. Ich starre jetzt hier auch in den Brawl. Oh Gott, wer bist du denn? Warum bist du so gigantisch? Wer bist du hier? Hier, das ist meine Liga. Das ist meiner. Zack, Alter. Was ist das denn? Ich will nicht in den Store. Warum treffe ich den denn nicht? Okay, er ist weg. Ich hab ihn scheinbar besiegt. Was ist denn jetzt los? Oh Mann. Warum kriege ich den immer nur ins Gesicht? Alles klar. So, Gewichthebensimilar. Gucken wir uns doch mal an, was es noch so schönes gibt. Hier ein Wasserpark. Das ist doch mal was Schönes. 100.000 Votes. 342 Millionen Mal wurde dieses Spiel aufgerufen. Ihr seid doch, das ist so raps gescheuert. Das ist ja nur ein Level. Okay, Wasserpark. Ich bin dabei. Hey. Ich sehe jetzt ja gar nicht mehr so lauchig aus. Laufen. Sit down. Ich möchte jetzt hier ein bisschen rutschen, Alter. Also, warte. Sit down. Okay. Das war nicht ganz so cool, wie ich dachte. Stand up. Okay. Alles klar. Ich hänge fest. Muss ich jetzt hier nochmal einmal hochlaufen? Teleport to main spawn. Okay, klasse. Warum hat der so ein Ding? Ich möchte hier auch sowas. Oh ne, ich rutsche hier einfach nur. Sit down. So. Nein. Ey. Die haben mich. Die hatten irgendwann. Oh Mann. Irgendwie bin ich plötzlich losgekommen. Ich sitze da auch einfach wie so ein Fisch. War schön mit euch im Wasserpark. Ey, das ist geil, was es alles für Sachen gibt. Granny Granny. Oh ne, ist das nicht irgendwie so ein Horrorgame? Das ist nichts für Pidizzle. Das sieht toll aus. Von einer tobenden Mauer zerquetscht werden. Ja. Ich wurde bis dato doch nur verprügelt. Jetzt möchte ich auch zerquetscht werden. So. Guten Tag. Wo ist denn hier die Mauer? Ach, da ist die Mauer. Ja, warte. Aber das schaffen wir ja. So. Jetzt alle laufen. Ich laufe mit euch. Ich laufe einfach hinter dem her. Das sieht so aus, als hätte ne Ahnung. Schnell, Brudi. Ich bin direkt hinter dir. Was machst du denn jetzt? Wann kommt jetzt gleich die Mauer wieder? Ich will nicht zerquetscht werden. Bitte nicht. Können wir hier rein? Ja, wir sind hier drin. Wir sind in Sicherheit. Wieso unterstrich X. Können wir jetzt wieder raus? Oh Gott. Irgendjemand hat es erwischt. Wann können wir wieder raus? Wieso? Bist du verwandt mit Wieso? Ah, jetzt. Wir müssen wieder los. Schnell, Wieso. Ich mach das. Ich bin vorne. Ich bin schneller als du. Er ist entspannt. Die Mauer ist noch da hinten entspannt. Wieso? Bist du noch da? Wieso? Wo ist er? Da kommt. Beeil dich. Wieso? Die Mauer. Die kommt doch bestimmt jetzt. Ne. Ist doch alles gut. Wollen wir doch noch mal raus, Wieso? Wir könnten es... Oh, ne. Jetzt ist sie wieder. Nein. Wieso? Oh Gott. Was ist das? Alter. Crystal Wolf. Ich mach hier richtig viele Freunde. Okay. Alles. Alles ist gut. Wo ist die tobende Mauer? Wir können doch nicht wieder gehen. Sie fährt gerade wieder zurück. Alter Schwede. So. Warte. Er läuft schon wieder. Oh Gott. Diesmal ist der Weg aber ziemlich weit. Ja. Wir schaffen das. Er hat ein Schild. Was hat er da hochgezeigt? Was kann ich hier im Geschäft machen? Ach so. Der hat hier für fünf irgendein Artikel gekauft. Okay. Hä? Wer bist du denn plötzlich? Hallo. Na? Die Roblox Palette. Die ist auch cool, ne? Ich glaube ich bin so der übelste Standards. Nein. Kid Kenzi. Oh Gott. Dich hat es einfach erwischt. Geht es schon wieder weiter? Ne. Wir können doch nicht wieder raus. Wieso? Ja. Wieso? Dann geh doch ruhig raus. Dann wirst du auch. Dann endest du so wie Kid Kenzi. Wir können wieder. Okay. Let's go. Wieso? Wir haben es bald geschafft. Wir sind bald frei. Was hat der denn für ein Gesicht? Er springt doch nicht die ganze Zeit. Was wenn der jetzt wieder rasend wird? Oh. Geschafft. Oh nein. 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 Ich bin außer Sinn im Geschäft. Oh Gott. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Wieso? Also warum ist Crystal Wolf so unfassbar schnell? Da ist wieder Kid Kenzi und irgendwas anderes. Irgendwie finde ich es ganz cool, dass man irgendwie so easygoing mit Leuten hier spielen kann. Aber die Spiele habe ich alle noch nicht ganz gerallt. Also klar. Ihr rennt. Ne. Die rennt ja jetzt schon los. Ne. Wieso? Wieso? Bleib hier drin. Die sind doch abscheuert. Wieso? Geh nicht das Risiko ein. Oh Gott. Den hat er jetzt beinahe erwischt. So warte. Können wir jetzt wieder Wieso? Okay. Wir rennen. Ja ja. Ich weiß du springst. Wo können wir uns denn jetzt hier verstecken? Müssen wir nach links? Nein. Wieso? Warum? Okay. Ah hey Wieso. Was ist das denn hier? Arbeite in einer Pizzeria. Ja das möchte ich gerne machen. Ist das jetzt hier meine eigene Pizzeria oder was? Auslieferer? Ja ja. Ich bin hier erstmal Auslieferer. Ja sehr gut. Okay. Bedeutet jetzt was? Oh. Ich bekomme hier irgendeine. Ich bekomme Geld. Dankeschön. Nimm eine Pizza vom Tisch. Hab ich. Finde ein Auto und fahre zum korrekten Haus. So. Ich steige hier ins Auto. Bam. Zu welchem? Ah. Ich kann das jetzt einfach ein? Ah. Also haben das jetzt die Roblox Entwickler gebaut? Dieses Level? Oder wer? So. Warte mal. Ich will jetzt hier aussteigen. Ey. Das war doch meine. Ich sollte das liefern. Tutorial verlassen? Ne. Aber ich bin einfach verwirrt. Der gibt jetzt hier ja meine Pizzen weg. Ja. Ich will jetzt Tutorial verlassen. Ich brauche. Ich brauche kein Tutorial. So. Ah. Jetzt. Ich habe hier meine Pizza in der Hand. So. Warte. Jetzt bin ich nämlich dran. Hallo. Klingeling. Ich habe eine Pizza. Oh ja. Das ist nicht alles. Das wie? Das ist nicht alles. Die alle wollen sie? Sie brauchen die ganzen? Eigentlich hatte ich mehr bestellt. Ja. Ich gebe ihnen doch hier. Du hast noch mehr Essen für dieses Haus. Ja. Habe ich doch in der Hand. Ma'am. Hier. Ja. B4. Und das noch. Gut gemacht. Ja. Vielen Dank, Ma'am. So. Jetzt. Jetzt kann ich hier wieder rein in mein Auto. Und jetzt. Let's go. Wieder ab nach Hause. Ich habe ja keine Pizzen mehr. Jetzt geht es hier wieder ab an die Pizza Station. So. Hier muss ich erstmal wieder hin. Auto. Perfekt geparkt. Einmal rein hier. So. Bon giorno. El Pizza. Mehr kriege ich jetzt nicht. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Ja. Warte. Ich muss jetzt hier erstmal ins Auto. Habe ich nur ein spezielles Auto? Ja. Okay. So. Rückwärtsgang rein. Entschuldigen Sie, aber meine Pizza. Meine Pizza hängt außen an meinem Auto dran. Alter. Ich bin da. Oh Gott. Ey. Junge. Oh Gott. Ich bin gegen. Hilfe. Entschuldigung. Oh. Aua. Kurz. Alles gut. Alles gut. Scheiße. Einmal kurz zurück. Mann. So. Wer kriegt den? Ach sie. Sie kriegen hier die Pizza. Ja. Ey. Scusi. El Pizzo. Alter. Gut gemacht. Ja. Vielen Dank. Alter Schwede. Ich bin die beste Pizza aus der Welt. Okay Leute. Das war es mit einer kleinen Runde von Roblox. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr Bock habt, das Game selber zu zocken, geht ganz oben in die Videobeschreibung. Da ist alles Wichtige verlinkt. Hier müsstet ihr jetzt auch noch draufklicken können. Dann kommt ihr direkt zum Google Play Store. Da könnt ihr euch das für euer Android-Handy runterladen. Das war das Dankeschön. Geht natürlich auch raus an die Jungs und Mädels von Google Play. Und habt ihr jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.